Was ist die Frage, ob das Glas halb leer oder halb voll ist? Nicht ganz. Es ist die Frage, ob das Glas halb leer oder halb voll ist. Wir haben einiges erreicht. Wir konnten die Absicherung zum Beispiel für Selbstständige verbessern. Aber gerade in der Veranstaltungsbranche, mit dem Schutzschirm, hat man doch Abstriche gemacht im Ständerat, wo ich sehr bedauere. Man konnte es besser machen. Ich habe mich sehr für die Veranstaltungsbranche eingesetzt, denn sie wurde vor einem Jahr stillgelegt, aus volksgesundheitlichen Gründen. Das ist ein grosses Problem für uns alle. Die ganze Gesellschaft, das Fehler dort, wo man sich treffen kann, Kulturorte, Meritorte, Volksfeste, alles wurde stillgelegt. Für mich ist klar, man muss als Gesellschaft auch solidarisch sein mit all den Menschen, die von der Eventbranche leben. Darum habe ich mich sehr eingesetzt. Wenn ich nicht so einen engen Austausch hatte mit der Branche, hätte ich hier nicht gut argumentieren können. Also ich brauche wirklich eure Praxiserfahrung, ich brauche neue ganz konkrete Beispiele, eure Zahlen, eure Unterstützung, damit ich hier glaubwürdig kann, Mehrheiten schaffen und auch Leute aus Parteien überzeugen, die am Anfang vielleicht ein bisschen misstrauisch sind. Ich würde mich sicher freuen auf Festivals, zum Beispiel das Basketfestival im Sommer hier, das in Bern stattfindet. Das weiss ich nicht, ob man es rechtzeitig arbeiten muss. Aber ich bin da sehr offen, ich habe viele Konzerte, ich gehe auch an Sportveranstaltungen. Also für mich ist es wirklich ein Teil von meinem Leben, auch Kultur ist mir ganz wichtig, aber einfach auch die Orte, wo ich Menschen treffen kann und mal die ganze anstrengende Arbeit hier in der Politik auf die Seite lassen und einfach auch schauen, wie können wir weiterfahren, Perspektiven und Lebensfreude. Für das ist die Veranstaltungsbranche zuständig und ich hoffe, sie können bald wieder arbeiten. Aber es ist das gleiche. Sie können nicht angenehm,